Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer Runde Rainbow Six Siege. Heute mit Dardosh, Kunran, Sachse und, äh, Frezzi. Einen wunderschönen guten Tag und guten Abend. Gegnerteam, Dreierteam und Zweierteam mit EP-Boost. Die waren richtig ernst, also die wollen auch richtig abcashen. Ja, die werden richtig ernst verlieren werden, die. Kriegen wir auch deren Bus, wenn wir sie abziehen, das wär nice. 3-0 ohne Kills, dann bekommst du die Bus. Ich hab übrigens mich vorhin aufs Sofa gelegt und hab für drei Stunden geschlafen. Tat mir übrigens leid. Seitdem Early Boy bei dir zu Besuch war, hast du echt nachgelassen. Ja, das ist so eine Müdigkeit jetzt hier irgendwie im Raum, die er stehen gelassen hat. Ich wüsste noch, was er da stehen lassen. Das Geilste war das, was seine Freundin mir hat. Also seine Freundin ist einfach an seinen Rechner gegangen und hat in Early Boys Namen mir eine Nachricht geschrieben. Und ich wusste das nicht. Und er hat halt geschrieben, weil sie hat halt geschrieben, seitdem ich bei Daniel auf dem Stuhl war, juckt mein Arsch. Das hat er natürlich sofort in Skype gepostet und hat sich ja mega beörmelt. Ich hab mich auch voll kaputt gelassen. Alter, ich bin mega clean, was willst du von mir? Naja, also, Sauberkeit ist hier A und O und dann sagt er mir kurz danach, oh toll, das war seine Freundin. Es war aber halt auch so dieser Wortlaut, den er halt genutzt hätte, wenn's so weh. Kann man jetzt glauben, dass es seine Freundin ist. Danke, dass er sauber. Äh, oben auf jeden Fall. Die haben schon an die Decke eingelassen. Ja, die waren ernst. Serious Business ist heute am Boden. Scheiße. Ich hab ja hier aufgepasst eben. Hostage. Scheiße. Oh. Ah, schade. Die haben gutes Aim, Alter, die Boys. Äh, soll das jetzt jetzt vielleicht mal risch rumassen. Alle Drohnen wurden zerstört. Die werden alle rausgucken. Alle fünf. Erkriegen von Ash einfach so eine schöne Granate ins Gesicht. Ich find's kacke, dass die dann nicht fest sitzt und trotzdem explodiert. Ja, find ich auch schade. Das wär richtig geil. Ich hab einmal geschafft, da jemanden damit zu töten. Irgendwie eine Kamera. Okay. Ich bin gespottet hier. Ja, ich hab die Kamera. Spottet. Wann gehen die ersten Fenster auf? Die hätten sie schon links gemacht. Ja, ich glaub, die hätten auch schon das Fenster aufgemacht. Oh Gott, das ist keine gute Probleme hier. Dado, alles cool bei dir? Ich hab ein Fenster aufgeschossen, weil ich da jetzt mit einer Drone rein kann. Oh nein, sie ist runtergefallen. Soll ich mit einer hochfrieren? Hier, irgendwas aufmachen? Die Tür, die Fenster hier können wir so machen. Das ist ja so drückend. Du musst eventuell die Tür bei der Geisel aufmachen. Äh, von hier aus, ne? Geht das doch, oder? Ja, durch. Ich weiß nicht, ob wir... Oh. Ja, nice. Oh, da meint der nicht noch. Was ist das für ein lächerlicher Joke? Weil Kewler hat fast kein Leben mehr. Okay. Ist auch noch gut gedroht. Boah, ich wusste doch, dass die auch noch da drin ist. Ich hab doch eine ganz andere gesehen die ganze Zeit. Okay, jetzt hab ich zum Rave. In dem Moment weg. Verdammt, Tryhada. Eigentlich haben solche Menschen verdient, Pulse zu spielen, aber... Wollte eigentlich sagen, aber sowas machen wir nicht, aber okay. Gelockt. Bin ja gespannt, ob sie was sie sonst ändern werden. Ich lade noch, das ist echt komisch. Na, scheiß, Rechner, kauft ja mal neun, ey. Von neuer Festplatte. Boah, boah, ich auch. MASS! Ist ja bald Weihnachten, kann ich mir wünschen. Neueste Motto von Versace und Gucci. Ich hab's zu. Ich weiß gar nicht, wie sinnvoll es ist, wie die Wender dazu. Eine hab ich. Ich könnte schwören, ich würde vorher kommen, das ist noch nicht die, die wir jetzt sind. 2 Drohnen hab ich. Noch eine weg. Eine ist hier hinten in der Ecke. Hä? Eine ist bei der Geisel, Deppich, Brett, Ratsch. Ach, da... Ne, Moment, hä, wo ist die? Hier ist noch eine. Wurde entdeckt. Wurde raus. Habt ihr die Drohne schon gefunden? Hier uns entdeckt. Eine ist rausgerollt. Eine ist definitiv noch hier im Raum. Muss. Einer liegt hier davor. Schön. Loll. Einer wurde vom Battle Royale gesperrt. Er ist immer allgemein. Ich hab ihn nicht mehr gesehen. Er ist allgemein. Oh, lol. Hier direkt. Hier. Ja, op. Rechte Seite rein, Staff. Ist jetzt nach links gelaufen. Der, äh, Blackbeard von denen ist low. Ah, rechts ist noch einer. Rechts und links am Fenster. Hat doch schon... Ja, ich. Ist einfach zu... Ja, gebückt. Sehe nix. Was ist das? Irgendwas hat sich bei mir anplugt. Na, das wird Blackbeard sein. Blackbeard hat schon gut kassiert. Der dürfte nur einen Treffer aushalten. Ja, ich hab nur seinen Schild. Der sitzt so, dass man ihn nicht beschießen kann. Und ist down. Hier hab ich ein Signal. Das sind zwei Signale. Fenster. Drohne. Er ist schon drin, wohlbemerkt. Ne, er ist da. Vorsicht, du warst von der Drohne gespottet dadurch. Hä? Achso, ich wurde. Du wurdest, jaja. Drohne hab ich. Hi. 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 Drohne bei dir. Hab ich. Du wusstest eigentlich eh, dass ich hier bin, von daher. Einer ist da und der liegt. Der liegt, der liegt, der liegt. Und ich bin am Eingang. Okay, der ist direkt rechts. Blackbeard ist auch da. Auch rechts? Oder was? Okay. Ich hab noch mal geheilt. Das sah ziemlich stylisch aus, der Kill. Der kommt nicht weg, der Ganove. Der Ganove. Der hing da aber ziemlich perfekt, muss ich sagen. Also da hatte ich, gegen den hatte ich so, wie er da hing, keine Chance. Das ist passiert, der Lappen. Ja, so wie du dann da raus bist, das war ja ziemlich gut. Lade, der denn also noch? Bisi, du oder der andere? Äh, ich. Ah, schneller immerhin. Sehr gut. Sicherung für uns. So sieht das aus. Ist das eigentlich für das Schildenskin? Dööö. Kannst du nur deine komischen Anhänger dran machen? Du musst ja durchsichtig bleiben. Für die Scheibe. Bars aber. Unten sieht Freis. Ich hab einige magiert. Äh, die sind Küche. Ja, ja, ja. Ja, ich hab sie. Mit der Schöngel. Oder wie auch immer. Die werden auf jeden Fall aus der großen Scheibe rausgucken. Da müsst ihr aufpassen. Die Slasher von hinten machen. Ja, der wird sich nach oben stellen. Was machen die an der Decke weg, ey? Der wird sich mit Sicherheit nach oben stellen. Ne, so kannst du den Fenstereingang sehen. Auf das Fenster müsst ihr aufpassen, ja. Der kann sich da links hinstellen. Oh ja, der ist genau da, wo ich vermutet habe. Da, wo er die Decke eingeschossen hat, oben drüber ist er. Sagst du, denk mir dann die Geise, keine Granaten rein? Richtig. Ich weiß noch nicht genau, wo meine, wo meine, wo meine Kamera war. Was? Was? Da war er noch. Wo? Bei dir da hinten drin? Ähm. Naja, halt mein Lüftungsschacht, der lag dort. Ganz oben finde ich gerade, finde ich gerade keinen, heißt aber nicht, dass hier keiner ist. Ah, ist markiert, oder? Nicht mehr markiert. Oh shit. Da. Hinten durch. Naja. Ist nur der... Ich wurde entdeckt. Okay, hier ist irgendwo... Shit, wo ist denn hier eine? Da. Ach, ich wurde durch die Decke gekillt. Scheiß Puls, ich hasse es. Puls müssten sie halt eigentlich zu viel wegnehmen, dann wäre fast alles gut. Und gerade... Einer ist Loader drin. Der schießt schön immer an dir vorbei, da kann ich nix machen. Danke. Puls hab ich. Nein, das hab ich nicht zu viel gekriegt. Schön, Dadosch, hinter dir. Oh, da vor dir auch noch. Komm, Dadosch. Schön. Dadosch! Nein! Ich bin auf... Feuer, Feuer, Feuer! Wooh! That easy, ey. Four in one. Severe. Könnte oben sein. Nee, ist links im Raum, links im Raum, links im Raum. Links im Raum. Nee, der ist oben. Der war oben. Oben. Oben, 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 oben. Der ist da, wo ich runtergesprungen bin. Alter, das war richtig heim von mir. Ich will richtig googeln. Friesen, wenn du durch die Tür guckst, hoch guckst. Hoch, hoch, oben. Ach, da, da, ja, alles klar. Weil der Geistler hat er gerade untergeschossen. Ja, das ist unten, oder? Ja, aber man kann sich nicht aufheben. Richtig, weil da hat er gerade geschossen. Schleich dich langsam an. Anderer Raum, Kunran, links, ja. Ja, Sachse lenkt ihn ab, das ist schon mal gut. Da ist er. Jetzt, lieber auf, lieber auf. Mach, mach doch, schnell, 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 schnell. Jetzt, lauf. Hinter dir. Lauf, alter Sachse. Lauf, lauf. Er kümmert sich noch um mich. Er ist nicht. Ja, ja, ja. Nice. Wenn ihr die Runde jetzt verloren hätten, ne? Ja, wäre ich aber auch hier steil gegangen, so. Stimmt eine Kamera übersehen, so zielstrebig, wie er rauskam. Hat der Sachse aber gut getroffen. Ja. Ich meine, ich glaube, er kommt durchs Loch. Ja. Genau. So, wird auch kürzer gewesen. Ja, ich wäre, also ich hätte auch gedacht, er springt runter. War das ein richtiges Loch, oder? Das war der, der Dropper war halt offen. Ach so, ich dachte, er hat einfach nur so durch die Decke geschossen. Ich kann gesehen. Ah. Na, was kommt jetzt? Hastle. Ja, du, du, halt auf, hier noch. Ja, wobei, hier ist, das ist eigentlich ja noch okay. Das ist wirklich ein Loch. Das liegt schon nicht mit Fuse, von daher. Also, er ist ja nicht. Wir müssen auf jeden Fall auch oben den Dropper aufmachen. Ich habe keine Shotgun. Einer, der eine Shotgun hat. Ich wurde entdeckt, hier ist noch eine, hier ist noch eine Drohne. Könnte ich hören, hier liegt noch eine drin, ist nicht die, die weggefahren ist. Im Raum ist hier noch eine Drohne. Okay, einer, jup. Ja, die hatte sich im Grupp da versteckt. Ist die weg, oder? Ja, aber es ist noch eine, die ist wieder weggefahren. So denkt an das Fenster, nicht beim Fenster zeigen. Klar, ich kann natürlich versuchen abzufangen. Na, Luke hält ja ein bisschen was aus. Ja, Headshot ist Headshot. Na gut, aber der kriegt zuerst. Siehste, mit Ansage, Boy. Ach, ich habe da durch die, der beschützt mich. Ja, das Fenster. Grenate! Danu, hast du wirklich kein Leben mehr? Ein HP. Könnte dich halt heilen. Ihr habt den Dropper ja nicht aufgemacht. Ja, ich habe keine Shotgun. Ich habe auch keine Shotty. Achtung, ich spreng den Dropper. Ja, wir ballern ihn gerade auf. Dadurch hat mich abgeschossen. Was? Habe ich gar nicht. Ich wurde aus eurer Richtung abgeschossen. Nein. Um, 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 um. Der ist um. Und in dem Nebenraum, wo ihr schon einen gekillt habt, ist Glass. Das Fenster, Fenster noch, Fenster noch. Geh weg da, doch schall dich lieber. Lass dich lieber ein von den Kunden ran. Schön bleiben, schön bleiben. Ja, ja. Let's fight on. Der letzte war oben. Danke. Okay. Der ist immer noch oben. Bleibt einfach stumm stehen, hatte ich nicht mitgerechnet, tatsächlich. Übrigens Ash. Cut hit. Einfach so bleiben und worden. Kann auch nichts machen. Ja, ja. Komm, Friesi, über dir ist ein Loch. Komm, darf euch nicht einzeln tohen jetzt. Lass ihn nie mal von oben runterkommen. Selbst wenn ihr die ganze Decke kaputt macht, dann geht einfach in den Nebenraum. Nicht hingehen, nicht hingehen, nicht hingehen. Er hat Hälfte leben. Nichts riskieren. Bedingt dran, er kann auch noch aus anderen Richtungen kommen. Geist du, Randy? Ich kann euch sagen, wenn er runterspringen sollte. Ich glaube, er ist immer noch oben. Friesi, ich hab da. Die Drohne kommt rein. Versucht euch gerade zu spotten. Ich hab da, ich hab den großen Raum, Friesi, da bin ich in der Kamera drin. Ich hab die Drohne down. Ich bin in der, ich bin immer noch, er ist immer noch oben. Er will was sprengen oder so. Er bringt ne Breach an oder so, keine Ahnung. Das war aber zum Flur hin, oder? Ja, Flur hat er aufgesprengt. Der ist alles, alles. Zeigt euch nicht, wie gesagt, er muss gleich runterspringen. Der ist da unten. Er ist im Raum drin, ich markier ihn jetzt für euch. Kommt raus zu Sachse. Friesi, jetzt komm, rein, rein in die Küche. Ja, genau so. Schöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Leute, wenn euch die Folge gefallen, gerne ein Like oder lasst uns bei den anderen vorbeischauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und ciao. Tschüss.